Moin Moin. Wir sind hier in den USA mit der bezaubernden französischen Band Ensemble Nobile. Und kurz vor der Vorstellung und die Jungs sind heiß. Und ich werde gefilmt von Ginger Pig. Does whatever a ginger pig does. Thank you. Wir bereiten heute ein Rindgulasch zu. Dazu haben wir wundervolles Rindfleisch, welches ich mal ganz kurz vorhalten kann. Einen Augenblick. Meine zauberhafte Assistentin schlägt gerade. Ich bitte auch das Geräusch zu achten. Das war der Knochen. Des Weiteren haben wir hier Zwiebeln. Paul bereitet da etwas vor. Was wir dann in den Topf schmeißen können und ein ganz delikates Rindgulasch draus machen können. Und ein Tofugulasch für Anhänger des... Tofu? Gulasch? Das sind Dinge dieses Jahr. Eine Suppe mit Gemüse und Tofu darin. Auf Gulaschbasis. Siehste? Da schlägt es gleich 13. Um das Ganze um das Älterwerden eines verehrten und hochgeschätzten Kollegen zu zelebrieren. Heinrich Melchow-Mühlenberg. Heinrich Melchow-Mühlenberg wird heute 28. Und wir dachten, wir überraschen ihn mit Gulasch. Paul, bist du ganz traurig? Ja. Man nehme ich gleich einen Gulasch, ungefähr 300 Gramm Fleisch und werfe es in einen Topf. Der Rest macht's von selbst. War das nicht Julia Child? Also ich habe versucht, Julia... Es ist ja eine Verzeihung. Ich habe versucht, Julia Child nachzumachen. Das passiert, wenn man keinen Spritzschutz hat. Sicherheit am Arbeitsplatz. Das ist die Erbung für Kosome. Jetzt hast du den Kripp versaut. Bitte? Jetzt hast du den Kripp versaut. Oh. Wir machen das hier gerade für Tui's Geburtstag. Und weil wir wissen, dass er ihn sehr gern fleißig ist. Weil er selber aussieht wie ein Angus Rind. Rind, ein Angus Rind. Lachen wir hier ein bisschen fleißig für ihn. Fleißig für Tui. Hier ist es noch ein Stichbutter. Fürs Aroma. Es ist sehr, sehr warm hier. Der Wetter ist nicht gut, aber es ist sehr, sehr humid. Und wir sind hier in der Working Kitchen, so es ist nicht zu machen, dass es nicht cooler ist. Ja. Well, heute war es interessant. Wir hatten ein schönes Morgen an der St. John Lutheran Church hier in North Carolina. And sang some pieces there as part of the service. It was interesting to be able to witness a service over here. Because it is slightly different than I've noticed in the UK or Germany or Europe generally. Yes. VGH, wir gratulieren herzlichst, pünktlichst. Amen. Shall we sing our version? We're singing our version. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Tessinine. Happy birthday to you. 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 Es ist ein Nordkarliner Gin. Oh, wirklich? Es wird nicht heute überleben. Untertitelung des ZDF, 2020